Gute Nacht Deutschland. Wagenknecht hat fünf Prognosen auf die Beine gestellt, die wir uns in diesem Video ansehen, was hier in Deutschland auf uns alle zukommt, warum die deutsche Politik am Ende ist. Es gibt viele Branchen, die tatsächlich nach Hilfe schreien. Bäckermeister, die Habeck, die Meinung geigen und auch einige, die jetzt schon seit über 100 Jahren ihr kleines Unternehmen geleitet haben und jetzt an der Energiepolitik zerbrechen. Was Frau Wagenknecht zu sagen hat und warum jeder dieses Video weiterverbreiten sollte und Aufklärung stiften sollte, das erfährst du wie immer, wenn du bis zum Ende dran bleibst, wie immer, wenn du eine Möglichkeit haben willst, dir 1% Kreditzins zu sichern. Denn das wird ebenfalls explodieren, wenn es der Wirtschaft marode geht, schlecht geht, wird keine Bank der Welt möglichst günstige Kredite noch in die Wirtschaft pumpen. Dann unbedingt eine Anfrage mit Telefonnummer an erfolgskanal.web.de schreiben für Restschulden, für deine Kinder, aber auch wenn der Immobilienmarkt mal einbrechen sollte, dann bist du mit dabei und kannst dir bis zu 1% Kreditzins sichern. Wir starten direkt rein. Gute Nacht Deutschland. So kann man das wirklich zusammenfassen. Es geht in diesem Video, kann ich dir jetzt schon sagen, um ekelhafte Doppelmoral. Also wenn du das nicht ertragen kannst, was die deutsche Politik hier verzapft, gerade auch die Grünen, solltest du definitiv abschalten, denn nach diesem Video wirst du alles hinterfragen, was du von den Politikern jemals gehört hast. Natürlich sollte man das grundsätzlich schon machen, aber was sie jetzt hier für eine Strategie fahren und gleichzeitig auch, was sie Frau Wagenknecht immer wieder vorwerfen, wird hier innerhalb von wenigen Sekunden entschärft. Und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die deutschen Politiker neben Wagenknecht tun ja so, als wenn sie der Teufel sei, als wenn sie wirklich der Satan sei, der jetzt hier sonst welche Thesen vertritt. Und das ist genau das, wovor wir warnen. Es geht nicht mehr darum, ihre Position sozusagen mit Argumenten zu schwächen. Das wäre ja mal interessant, wenn ein normaler Politiker wie Habeck oder Baerbock mal erklären könnten, wie denn diese westlichen Sanktionen uns und die Ukraine weitergeholfen haben. Das würde mich mal interessieren. Wird gleich nochmal im weiteren Verlauf nochmal aufgedeckt, dass das nämlich ein Irrglaube ist. Russland hier von der Welt macht sozusagen, von der Welt abzukanzeln, zu isolieren und sogar in die Insolvenz zu schlittern, schlittern zu lassen oder zu zwingen. Also auch das sind Aussagen, die ja schon getroffen worden sind von Mainstream-Radiosendern oder Fernsehsendern. Dementsprechend, das passiert leider nicht. Es wird jetzt eine Schlammschlacht eröffnet. Man sucht irgendwelche Dinge bei Wagenknecht. Ach, ihr Mann hat doch irgendwie im Exil was gegründet, ihr Ex-Mann. Und ach, sie ist doch sowieso, sie hat doch auch bei der Gender-Diskussion, da wird die Gender-Keule wieder rausgeholt. Hat sie doch auch irgendwie was gesagt, was denen allen nicht so gefällt, die in dieser Szene unterwegs sind. Das heißt, es ist traurig. Es wird nicht über die Situation, über die Argumente, die sie bringt, diskutiert, sondern es werden nur irgendwelche Nebenkriegsschauplätze eröffnet. Und das zeigt einen natürlich, dass sie ja dann anscheinend doch nicht so die Unwahrheit sagen kann. Denn wer natürlich auch die Wahrheit nicht vertragen kann, der sollte eigentlich nichts in der Politik zu tun haben. Aber gut, dass da viel gelogen wird und auch mal die Unwahrheit ausgesprochen wird, wie es so schön heißt, das ist natürlich auch vielen bewusst. Und anscheinend spricht sie auch deswegen einige wahre Sätze. Wir kommen gleich auch dazu, was sie hier für Prognosen nochmal rausgehauen hat. Wenn es denn doch so wehtut und so provoziert, wenn es die Unwahrheit ist oder eine Lüge, tja, dann könnte man das doch einfach in kurzen Sätzen abhandeln und schon wäre es getan. Aber anscheinend trifft sie da richtig schön den Nagel auf den Kopf. Wir starten direkt rein mit der ersten Prognose. Es wird laut Frau Wagenknecht eine Insolvenzenwelle geben. Sie geht sogar so weit und das ist krass, dass wir uns schon mitten in der Insolvenzenwelle befinden. Selbst ein Toilettenhersteller hat jetzt mittlerweile auch schon Insolvenz angemeldet. Auch dazu haben wir schon ein Video hier publiziert. Bäckereien sind pleite gegangen, auch Metzgereien, die eben wie gesagt schon 100 Jahre am Markt bestehen. Und das durch eine Regierung, die an Unfähigkeit meiner Meinung nach nicht mehr zu überbieten ist. Autolieferanten, die eigentlich ja in einer Boom-Branche momentan leben. Wie viel haben wir darüber berechtet? Die Bestellungen boomen, die ganzen BMWs da draußen, Volkswagen verkaufen so viele Autos wie noch nie. Und was hatten wir immer wieder in diesen Videos gesagt? Was nützt dir das vollste Auftragsbuch, wenn du das nicht geliefert bekommst und abgearbeitet bekommst? Auch diese Prognose ist eingetreten und es wird noch viele Branchen geben, die zwar einen Boom erhalten. Die Solaranlage-Branche wird ja von vielen jetzt als der geheime Investitionstipp genannt. Naja, die jetzt in Solaranlagen investieren. Ich sage dir, wie es ist. Wenn alle das denken, dann ist oftmals genau das Gegenteil der Fall. Man muss sich jetzt schon Gedanken machen. Natürlich, PV-Anlagen machen durchaus, können auch sinnvoll sein. Allerdings, die Frage ist, wer kriegt die Materialien bei? Ich habe einen Bekannten, der wollte sich jetzt auch auf dem Dach PV-Anlagen installieren, beziehungsweise eine Anlage und der hat mittlerweile eine Lieferzeit gesagt bekommen von neun Monaten. Was in neun Monaten passieren kann in der jetzigen schnelllebigen Zeit, das kann sich jeder selber ausmalen. Das heißt, auch hier würde ich nicht irgendwie die große Rendite erwarten, trotz der Millionen Subventionen, die vom Staat hier in die Wege geleitet werden. Aber wir wissen ja mittlerweile, der Staat hat sich schon so oft verkalkuliert und seine Versprechen nicht gehalten. Das ist genauso wie Habecks Wärmepumpen-Skandalaussagen. Die haben wir im letzten Video auch schon besprochen. Experten zerlegt, Habeck, so ähnlich heißt das. Dieses Video unbedingt ansehen. Dann siehst du auch, wie die Pläne von der Politik hier auch nochmal aufgefasst werden sollten. So, und der nächste Punkt. Was wird denn hier immer wieder verschwiegen? Wir haben ja einen wirtschaftlichen Krieg. Auch das wird ja immer wieder so getan, als wenn das nicht stimmt. Sarah Wagenknecht hat das Ganze natürlich auch zynischerweise so gesagt. Der Westen sieht das wahrscheinlich als wirtschaftliche Spezialoperation, wie manche Länder ja auch ihre Aktionen so titulieren. Also es ist immer wieder eine Wortklauberei, kann man hier sagen. Natürlich ist das ein Wirtschaftskrieg. Was ist es bitte schön sonst, wenn ich beispielsweise russische Banken vom SWIFT-System ausschließe, wenn ich beispielsweise nichts mehr mit Russland wirtschaftlich zu tun haben will, wenn ich den Import stoppe, wenn ich Importverbote verteile. Natürlich ist das auch eine Erpressung. Natürlich ist das das. Warum? Weil, wenn du nicht aufhörst, Putin, mit der Invasion, dann werden wir noch weniger Gas von dir abnehmen. Auch das hat sich ja mittlerweile erfüllt. Ich meine, alleine das ist natürlich auch sehr traurig, dass Deutschland da die ganze Zeit gedacht hat, wir haben die Oberhand. Ich meine, wer sitzt an der Quelle? Russland sitzt an der Energiequelle. Und was brauchen alle Haushalte jeden Tag? Was brauchen alle Unternehmen jeden Tag? Und das führt uns zum Verhängnis Energie. Und genau diese Situation hat man sich jetzt selber geschaffen. Übrigens Aluminium, die Aluminiumbranche. Und das ist mit eines auch der wichtigeren Produktionsmetalle. Produktionsmetalle hat mittlerweile gesagt, die Strompreise müssen nicht weiter steigen. Und sie haben dieses Jahr noch massive Probleme, kein Aluminium mehr zu bekommen und herstellen zu können. Und wer sind natürlich die Alternativen? Richtig. China und Russland. Und die zwei, die haben wir im letzten Video auch schon besprochen. Die haben eine Militärmanöver gemeinsam gestaltet. Die haben sich bei dem letzten Gipfeltreffen auch nochmal positiv gegenüber gestanden. Also ich weiß ja nicht, ob wir uns da auch wieder die nächste Branche abschießen. Sicherlich ist das auch eine mögliche Prognose. Jetzt wird es aber interessant. Und was ist die ekelhafte Doppelmoral bei diesem Wirtschaftskrieg, den wir hier führen? Sarah Wagenknecht sagt es, es ist tatsächlich so, dass wir bewusst einige wenige Rohstoffe hier ausgeblendet haben. Beispielsweise Nickel und Palladium. Und dazu wird es definitiv noch ein Video hier auf dem Kanal geben, wo das Ganze eingesetzt wird. Und vor allen Dingen auch, warum die Atomkraftdiskussion definitiv auch diesen Aspekt mit berücksichtigen sollte. Wusstest du, dass 46% des Urans aus Russland stammen? Das heißt, es ist tatsächlich so, wenn grüne Politiker sagen, es gibt keinen Weg mehr zurück und wir müssen Russland isolieren, wir wollen nichts mehr mit denen zu tun haben, wird es eine Energiekrise geben. Par excellence. Atomkraft, die schießen wir uns komplett ab. Erneuerbare Energien, dazu brauche ich diese ganzen Schwermetalle, diese ganzen Spezialmetalle, die auch zum großen Teil aus Russland kommen. Natürlich auch habe ich hier Aluminium, habe im Endeffekt auch dann wenig Alternativen, weil ich für alle Alternativen, um sich von Russland unabhängig zu machen, brauche ich russische Rohstoffe. Und das wird uns jetzt hier zum Verhängnis. und das wird uns jetzt ab.